Im November dieses Jahr findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Und das erste Mal ist dieses, ich nenn's mal Event, auch wirklich relevant für uns. Denn dieses Mal ist Bitcoin ein zentrales Wahlkampfthema. Und vor allem Trump geht bei den 50 Millionen Kryptobesitzern in den USA mächtig auf Stimmen fangen. Tja, bei den meisten kommt das natürlich sehr gut an. Denn er verspricht nicht nur, dass er Ross Ulbricht, den Gründer von Silk Road, der seit vielen Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt, am ersten Tag seine Amtszeit freilassen will, sondern er sagt auch, dass er sich für das Recht auf Eigenverwahrung einsetzen und sogar eine staatliche Bitcoin-Reserve anlegen will. Naja, heute wollen wir uns aber mit einem anderen, sehr wichtigen Punkt auseinandersetzen, den er vor einigen Wochen auf dem Parteitag der Libertären Partei angesprochen hat. Dort hat er nämlich gesagt, dass es in den USA, wenn er gewählt wird, niemals eine digitale Zentralbankwährung geben wird. Ich werde Elizabeth Warren und ihre Goons entfernen von eurem Bitcoin. Und ich werde nie die Kreation einer Zentralbank-Digital-Währung geben. Tja, klingt ja erstmal ziemlich gut, oder? Schon. Aber wir wissen ja aus einschlägiger Erfahrung, dass man das, was vor der Wahl von Politikern gesagt wird, meistens nicht wörtlich nehmen. Oder besser gesagt, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, wie das, was versprochen wird, eigentlich gemeint ist. Und was am Ende dann wirklich dabei rumkommt. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ist es doch recht unwahrscheinlich, dass die Zentralbank es zulassen wird, dass mal eben ein Trump daherkommt und alle ihre Pläne zunichte macht, oder? Aus diesem Grund sollten wir das Ganze vielleicht mal ohne rosa-rote Brille betrachten und uns überlegen, ob die Einführung einer eigenen digitalen Währung, die man dann den digitalen oder eben den E-Dollar nennt, wirklich der Plan der Fett ist. Oder ob man eigentlich hinter den Kulissen eventuell schon lange eine ganz andere Strategie verfolgt. Ich meine, ist es nicht allein schon komisch, dass man irgendwie so gar nichts mehr davon hört? Also was ich sagen will, warum gibt es keine News zum Entwicklungsstand und warum gibt es keine Pilotprojekte, bei denen man das Ganze mal vorsichtig antestet? Tja, ich kann es euch sagen, die Pilotprojekte sind nämlich alle schon durch. Nur wurden die nicht in den USA, sondern hauptsächlich in Entwicklungsländern wie Jamaika oder auch in Nigeria durchgeführt. Und die Ergebnisse waren vernichtend. Denn die digitalen Staatswährungen wurden dort auf breiter Front von der Bevölkerung abgelehnt. Naja, eben weil den Leuten klar ist, dass es dabei um nichts weiter als Überwachung und Kontrolle geht. Meine Vermutung ist jetzt also, dass die USA aus diesen gescheiterten Versuchen gelernt hat und jetzt eine andere Schiene fahren will. Eine Schiene, die aber keineswegs freiheitlicher, sondern einfach nur raffinierter und wahrscheinlich noch weitaus gefährlicher ist. Und Trump wird wahrscheinlich derjenige sein, der das Ganze der Bevölkerung verkaufen soll. PEDA oder USDT kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Das ist ein Stablecoin, der den Wert des US-Dollars verfolgt und es somit ermöglicht, mit Kryptowährungen zu traden, also von Bitcoin oder anderen Kryptos in Dollar zu wechseln, ohne dass man ins traditionelle Bankensystem zurückkehren muss. PEDA ist eine der ältesten und schon seit langem auch eine der größten Kryptowährungen. Sie wurde schon 2014 gegründet und hat zurzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 118 Milliarden Dollar. Genauer gesagt ist USDT eigentlich ein Token, der anfangs nur auf Ethereum aufbaute, aber heute auf fast jede Altcoin-Blockchain, die Smart Contracts ermöglicht, gehalten, versendet und gehandelt werden kann. Tja, klingt also bis jetzt eigentlich ganz gut, oder? Ein Token, der stabil den Wert des US-Dollars verfolgt und der, weil er ja auf Blockchains läuft, nicht von Banken oder Regierungen beeinflusst oder sogar konfisziert werden kann. Tja, sollte man zumindest meinen, ist aber nicht so. Denn genau das ist schon öfter passiert. Und gerade gestern wurde die Ex-Seite von Whale Alert, die große Bewegungen auf allen Blockchains trackt und veröffentlicht, von Meldungen geflutet, dass in kürzester Zeit mehrere Adressen, die signifikante Beträge in USDT halten, eingefroren wurden. In den Kommentaren unter den Beiträgen ist das Entsetzen groß. Überall Fragezeichen und alle fragen sich, wie das möglich ist. TEDA baut auch auf dezentralen Blockchains auf. Wie kann es also sein, dass Adressen eingefroren werden können? Eigentlich sollte das doch gar nicht gehen, weil es keine zentrale Instanz gibt, die das Netzwerk kontrolliert, beziehungsweise die es beeinflussen kann, oder? Tja, die Antwort darauf, wie das vonstatten geht, ist eigentlich ganz einfach. Der absolute Großteil der Altcoins ist nämlich nicht einmal im Ansatz dezentral. Und dass es so ist, beweisen solche Aktionen ja ohne Wenn und Aber. Deshalb ist es uns Bitcoinern ja auch so wichtig, dass Dezentralität über allem steht. Naja, unter den vielen Kommentaren ist in meinen Augen dieser hier aber der wichtigste. Wie anders als Banken ist TEDA denn wirklich? Tja, gute Frage. Und die Antwort darauf ist, gar nicht. Nur glauben die Leute bei USDT eben, dass sie eine dezentrale Währung nutzen. In Wahrheit ist es aber eigentlich nichts anderes als eine CBDC. Mit dem Unterschied, dass sie schon da ist, funktioniert und die Leute ihr vertrauen. Also lasst uns das Ganze doch einfach mal weiterspinnen und schauen, wie man genau dieses Vertrauen als Staat ausnutzen könnte. Wäre es nicht genial, jetzt mit einer neuen Regierung plötzlich einen in Anführungszeichen freiheitlichen Pro-Krypto-Kurs zu fahren, denn Trump sagt ja fast nie nur Bitcoin, sondern immer Bitcoin und Krypto, und dann genau das Gegenteil zu machen und durch die Hintertür mit TEDA doch eine CBDC einzuführen, ohne dass es die Leute merken. Ich halte dieses Szenario auf jeden Fall für sehr raffiniert und außerdem auch für realistisch. Und wenn wir mal ehrlich sind, glaube ich, dass die Regierung sowieso schon sehr tief in diesem Projekt drinsteckt, denn warum sollten sie es sonst zulassen, dass ein privates Unternehmen quasi dazu in der Lage ist, das Gleiche zu tun wie sie? Also ich meine, Geld aus dem Nichts zu erschaffen. In der Vergangenheit gab es nämlich, obwohl von den Betreibern behauptet wird, dass jeder USDT-Token, den sie erschaffen, 1 zu 1 mit echten US-Dollarn oder anderen Gegenwerten gedeckt ist, schon oft Zweifel daran und wirklich kontrollieren kann das ja auch keiner. Auf der offiziellen Website des Unternehmens kann man sich die angebliche Deckung, die mittlerweile täglich aktualisiert wird, ansehen. Dort heißt es, dass die zurzeit zirkulierenden Token hauptsächlich, also zu 84% mit Cash oder Cash-ähnlichen Reserven wie zum Beispiel Staatsanleihen gedeckt sind. Außerdem hält man aber immerhin auch 3% in Edelmetallen und 4% in Bitcoin, was ich auch interessant finde. Denn wenn wir davon ausgehen, dass meine Vermutung stimmt und hinter Tether eigentlich die Regierung selbst steckt, dann würde das ja bedeuten, dass man nicht nur vorhat, eventuell nach der Wahl von Trump Bitcoin zu akkumulieren, sondern dass man das de facto schon seit langem verdeckt tut. Die Puzzleteile passen also irgendwie schon verdächtig gut zusammen, oder? Ich weiß, die Theorie ist für manche vielleicht etwas abgespaced, aber ich wollte sie mit diesem Video einfach mal unters Volk bringen und vor allem wissen, was ihr davon haltet. Könnte es sein, dass die USA mit USDT durch die Hintertür entgegen den Trump-Versprechungen doch eine CBDC einführen will? Und ist es außerdem ein extrem raffinierter Weg, um schon jetzt, ohne dass es jemand merkt, mit aus dem Nichts geschaffenem Geld Bitcoin zu akkumulieren und sich so einen signifikanten Vorsprung gegenüber anderen Staaten zu schaffen? Schreib mir deine Meinung dazu auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Wie es am Ende dann auch kommen mag, gut ist es für uns, also für die Bevölkerung auf keinen Fall. Wir müssen verstehen, dass es, solange wir uns, was unser Geld angeht, auf den Staat und auf Banken verlassen, niemals eine wirklich freie Welt geben wird. Staaten werden, auch wenn es von Politikern vor der Wahl versprochen wird, auf keinen Fall freiwillig die Macht, Geld aus dem Nichts erschaffen zu können, aufgeben. Das einzige, was wir also tun können, hat Friedrich Hayek schon viele Jahre, bevor überhaupt an Bitcoin gedacht wurde, sehr treffend formuliert. Bitcoin ist das einzige wirklich dezentrale Geld, das wir haben und wir können den Staaten ihr Geldmonopol nur entziehen, indem wir dieses Werkzeug, das uns genau dafür in die Hände gelegt wurde, auch richtig nutzen und uns nicht mit irgendwelchen zentralisierten Altcoin-Projekten verarschen lassen. Genau deshalb ist Aufklärung so wichtig, die Leute müssen verstehen, dass solche Konstrukte wie Tether nicht besser oder sogar noch schlimmer sind, wie das jetzige System, weil sie eben nicht dezentral sind und der Regierung deshalb eigentlich genau die gleichen Möglichkeiten der Überwachung und der Kontrolle geben, wie es eine CBDC tun würde. Ob es jetzt genauso kommen wird, wie ich es beschrieben habe, weiß ich nicht. Mir ist es in erster Linie wichtig zu warnen, vor allem auch davor Leuten wie Trump blind zu folgen, weil er ein oder zwei gute Sachen sagt. Die Ankündigung, dass es unter ihm niemals eine CBDC geben wird, klingt ja erstmal super, kann sich danach aber, wie wir ja gesehen haben, auch als komplett irreführend entpuppen und am Schluss passiert dann genau das Gegenteil. Also ist mein Rat, wachsam bleiben, keine Shitcons unterstützen, Politikern grundlegend erstmal nicht vertrauen und vor allem, und das ist das wichtigste, weiterhin fleißig Satoshis stapeln. Wenn du außerdem auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben und kein spannendes Video mehr verpassen willst, dann solltest du jetzt noch schnell den Kanal abonnieren, wenn du magst noch eine kleine Spende für meine Arbeit da lassen und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.